Ich respektiere es. Hast du ein Problem damit? Sehr geehrter Herr. Frank. Ja, ich hab schon grad Sergei verstanden. Ja, du bist auch sehr gay, aber das wollten wir heute nicht ansprechen, falls du vergessen hast. Das wollten wir in den Aufnahmen nicht sagen. So hätte ich ja auf jeden Fall mein Kind irgendwann. Sehr gay. Dieser russische Name. Das hast du nicht verstanden. Ich hab ja verstanden. Ich kann hier schreiben. Aber kennst du nicht den Namen Sergei? Ja, ich kenn den Namen, den gibt's in den Donald Duck Heft. Let's play some Gangplanes today. Schaubi. Es wäre kein Thunderlots. Ne, was nennt man dann? Hardcocked Jungle? Ne, lieber nicht. Z-Stay nehm ich jetzt einfach. Das war mein Name geklaut. Meine Aussprache ist absolut richtig. Ich habe niemals Sprechfehler. Sprachfehler meine ich. Ach so, das ist der erste. Absolut. Mein S ist überhaupt nicht viel zu scharf gesprochen. S. 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 Ich kann's nicht. S. Ganz weiches S. Ein 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 S. Das ist doch schön weich, oder? Fast so weich wie Toms. Was sonst nicht weich ist. Gurke. Das ist so komisch, wie es irgendwie hart wäre. Ne. Kann mir gut vorstellen, bei meiner sexy Boys. Ne. Meine Gurke braucht ein bisschen Dünger. Ne. Ich bin übrigens richtig schaust. mit Gangplank. Du bist richtig scheiß mit Gangplank. Hast du erstmal ein Skin? Ich habe kein Skin. Bist du dumm? Herr Estes, der sieht übel geil aus. Warum holen sich Leute ein Skin dafür? Weil der Captain Gangplank einfach übel geiles. Jetzt weiß ich was ich vergessen habe. Hm. Ich habe doch sogar eine Gangplank. Ich habe eine Gangplank Page. Kill me I sugar. Alter. Nee, ich habe kleine Joseph, sie mir in die Feuerwehr wollen. Ah! Ihr seid verkackt. Heilige! Jö, ich habe meine Krone nicht getroffen. Ich bin schon behindert. Ich bin so wohlgeschossen. Na nee, ich bin schon wieder tot. Du bist schon wieder tot. Das ist überhaupt. Ich wollte so eine Triple-Como machen... Ja, größer hast du? Und wo hast du? alles gut ich hab's hast du das gesehen jünger sag mal hinkst du überhaupt ich hab grad ne barrel chain gemacht die war übel gut ach so läuft das ab 6 9 guck dir diesen damage an so unbalanced gangplaining ach gleich guck mal wie low die sind hause kaputt ach du jetzt wenn die zu akali ich hab kein flash kein thema ach hause kaputt junge soll nicht becken das ist doof ohne becken hallo hallo ganz nicht fair ohne becken gesagt dank come on nice hervor das dick weh gar nicht auf meiner länder willst mich verarschen gerade dann wenn ich ulte und mich ficken get fucked little kid joooooo eeeen bitte nice gangplank der hat n der vega hat dangerous game are you sure about that alle huac war 6 meine fresse alter das hört sich gerade an als wenn ich so rein scheiß das war ich wurde ignited ich glaube ich wurde gerade flash ulti ignited glaube ich sogar oh mein gott dieser crit 800 warum so balanced riot nein wir haben gerade bis eben noch so gut durchgehalten ja was denn ist so eine auffrage junge geht doch rein was macht ihr too tanky junge def doch anstatt weg zu rennen easy ich habe keine ahnung was ich jetzt machen soll ah ich finde den falschen stunden ah ok one shot perfekt eh defen 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 mamma no ich bin schon tot das waren erst 4 sekunden alter mann crippling depression what the fuck es hat so gut angefangen ah meine eh meine arschloch ne nicht garen was garen was wäre denn dein kanal ohne schleichwerden hä wieso schleichwerden ach ja übrigens die brille von deichmann die ist echt super ähm link in der beschreibung natürlich kauft sachen über meine reflings kauft sachen über meine reflings ja die sind in der beschreibung ich verdiene geld damit mhm diese leckere coca cola mhm von der marke coca cola also ich bin immer unterwegs mit meinem apple iphone sich niemals kaputt sehen wir hier es ist top heile ich bin schon hundertmal runtergefallen ich bin gar nicht ich bin jetzt hier behold my supporting move also ich muss echt schon sagen mein virtuous advanced gaming keyboard ne das gefällt mir aber auch sehr gut ich mag razer razer hat flache flache tastaturen flache tastaturen da kann man viel besser aber flach ist nicht toll hauptsache sie sind dick und lang warum lang lang weil da mehr knöpfe drauf sind wenn sie lang sind prägt wie er holt und meister polk schien auf 10 gold woher und dann sagt er ich habe zehn gold bekommen wurde wird überbreitung was ist es wird es wird ich habe keine sehr mehr nach der Falle ich möchte die Welt unbedingt anschließen Aachen jetzt ist überliebt zum Beispiel von den Scheißbohrn bei Lachmann ich habe ihn Ich hab einen Mini-Cute. Really? Ich hab einen Mini-Cute. Really, guckst du dir Morgana an. Ja, die haben beide so einen Dual-HP, aber ich bin halt noch Level-Barrel-Dreieck. Wie? Komm her. Fick dich. Fick dich. Ey, seht ihr das? Der wurde gerade unsterblich. Ist hier ein Leben? Find ich gut. Warum ist die so tanky auf einmal? Sie kriegen Base-Stats as Fuckboy dazu. Okay. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Oh! Clean-Barrel-Combo. Wir haben in 60 Sekunden wieder ult, um irgendjemanden zu supporten. Was ist das für ne Ulti von ihm? Ah, okay. Heimatdinger Top-Lane. Also ich habe echt richtig viel Leben noch. Warum so viel? Die sind ja fast zweistellig. Ja, aber nur fast. Was? Ihr seid so schlecht, ich kann mal den Turm zu zweit verlieren. Junge. Zu zweit. Hä? Loll. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin gut. Ich habe Krippling gepresst. Boom! Everyone in their Grand-Dad is top lane. Ne. Von der Grand-Line. Oh, das war ne. Das ist auch ne Attrappe. Oh, ich seh meine Barrel nicht mehr. Puff. Ey, Gangplink macht halt echt, echt viel Schaden. Warte mal, das ist nur ne Attrappe. Ne, das ist die echte. Be patient. Echt jetzt, Ersoniast? Das sind alles Attrappen? Ja. Da waren grad drei Heimatdinger. Loll, wo kommen die Türme her? Hey, der Heimatdinger, den hab ich grad umgebracht. Hehehe. Wann haben die Greg gemacht? Die sind die ganze Zeit top lane. Jungs. Was weiß ich. Phantom Dancer. Ich kann nicht schreiben. Phantom Dancer. Mehr Crit, mehr Spaß. Schüsse, aber gleich ist es der zweite. Halt. Wer ist der zweite? Das ist nur ein Klon. Oh nein, war mein. Alter, dieser Crit. Are you sure about that timerdinger? Ey, ich wurde da einfach weg... Ich... Ich wurde grad weg-tippt. Und dann sterbt es eben. Hololololo. Ach so, ja, klar, ne? Als ob er einfach dreimal irgendwas schießt. Alter, guckt euch mein Damage an, das ist so abnormal. Ich kann trotzdem nix machen hier. Über irgendein Räumtrieger... Guckt euch... Ja, ich hab richtig... Meine Barrels haben so viel Damage grad gemacht. Der Mauck hat eine E rein platziert. Alle tot. Jungs! Ich werde einfach CCD und sterbe gleich. Gleich hab noch... Ja, ich hab noch... ganz schön. Mama! Ja, Junge, was soll das? Jetzt guck mal auf mein Damage. Diesmal hab ich 100% am meisten. Das geht gar nicht anders. Meine Barrels haben so viel Schaden gemacht. Ich hab so... Oh, eh Barrels hinbekommen dieses Mal. Guck dir das an! 35... Ich hab mehr Damage als diese Bots gemacht. Gangplank ist so gut in dem Spielmodus. WTF? WTF?